da sind wir wieder bei let's play zelda weiter geht's mach verfügst du über das zauber elixier falls nicht solltest du nicht weitergehen nicht weitergehen wir haben überhaupt kein elixier dabei ich glaube in dem fall wird es wirklich stimmen brauchen wir unseren stadt er ist sehr mysteriös sehr mysteriös wir können schon mal das machen was wir so hinkriegen weg mit hier und heute da hätten wir auf jeden fall ein bisschen elixier wieder gekriegt haben wir doch unser unseren einsatz schon zurück geholt was haben wir denn hier schönes wir wahrscheinlich nicht nehmen soll ich glaube das hätten wir danach gut gebrauchen können ich habe mir erst mal an wie es fährt hier speichern und danach hier 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 es geht leider nicht landen wir mal hier okay leider ein bisschen geht einer wohl gerne bahn im schwarzen nichts eigentlich könnte man jetzt mal so schnell ja 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 sind wir durch hat doch gar nicht so lange gedauert und hat uns auch gar nicht so viel gekostet aber das kostet hier kostet leben einen kleinen schlüssel und eine karte da sind wir gleich hin über das immer gleich hin über und vorbei ist es geht raus hier raus hier bloß weg haben wir jetzt alles was wir brauchen nächste station ach falsche richtung wir wollen da lang da wollen wir lang bitte nochmal danke sehr schön auch mir schwand übles ach komm ich lasse es einfach mal durch ich habe ich vor mir jetzt hobs gehen wir werden gleich hobs gehen wir werden gleich hobs gehen wir werden hobs gehen wir werden hobs gehen ja wir werden auf jeden fall hobs geht ja da ist soweit haben wir uns schon wieder hingeliegt zum schlafen ja weg uns mal auf ach das für eine fee haben wir das ganze jetzt gemacht für eine fee neuer ernst muss aber mehr geben oder das ist jetzt echt für eine fee gemacht nö oder haben wir zwei feen dabei verloren für eine fee haben wir den spaß gemacht ok ein bisschen zauber elixier neuer oh was macht denn der schnell raus da da ist wieder unser freund was auch immer das ist auf jeden fall gibt uns elixier dankeschön weg hier okay Wir wissen es ja eh schon. Ich bin gerade am überlegen. Ich bin gerade am überlegen. Eine haben wir noch. Die letzte. Danach greift uns die goldene Biene an und erledigt uns. Oh, jetzt haben wir uns eingesperrt. Oh, ja, ja. Und in die Ecke. Und in die Ecke. Ja, komm. Und tot. In die Ecke. Speichern. Und. Hier in die Ecke. Tod. Und. Hier runter. Okay. Und tot. Wenn wir die Dinger nicht beseitigen. Oh, jetzt haben wir die Dinger noch frei gelassen. Und. Und. Weichern hier oben. Und müssen wir uns eine neue holen. Gleich mal hier runter. Jetzt haben wir wirklich gar nichts mehr. Jetzt haben wir wirklich gar nichts mehr. Oh. Oh. Na ja. Vielleicht hier ein bisschen. Noch ein Herz. Gibst du uns nicht noch eins. Oh. Ja. Ah. Weichern. Oh. Oh. Äh. War so nicht geplant. Oh. Äh. Aber läuft halt nicht alles immer so wie geplant. Weg mit dem riesen Vieh. Ah. Hier kommen wir rein. Okay. Ich glaube, wo geht es da jetzt hin? Ja. Jetzt sind wir da. Warum auch nicht? So. Nur die Frage. Speichern? Wo wir hier rauskommen, wenn wir da lang gehen. Ja. Wer findet sowas cool, ja? Derjenige, der sich damit noch irgendwie Leben erkaufen wollte. Cool. Weg mit dem Ding. Oh ja. Da haben wir wieder unser Auge. Oh. Die hole ich mir noch. Oh. Eine Fee zum mitnehmen, bitte. Wie viele haben wir jetzt mitgenommen? Eine. Das habe ich mir jetzt irgendwie mehr erhofft. Oh. 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 Dann mal hier lang. Dann landen wir in der Mitte. Oh. Da haben wir den großen Schlüssel. Jetzt können wir doch was anfangen. Oh. Oh. Jetzt geht's los. Jetzt können wir auf jeden Fall durch die Türen, durch die wir hier vorher nicht konnten. Oh. Wenn ich noch keine gesehen habe, wenn ich ehrlich sein darf. Oh. Überall finden wir das Elixier. Also so viele Elixier hätten wir da jetzt gar nicht gebraucht. Die Frage ist nur. Wo müssen wir lang? Hm. Wir müssen einmal hier runter. Ja. Einmal hier runter. Nach links. Und dann nach unten. können wir die uns noch mitnehmen der tipp ist richtig gold wert der tipp ist wirklich gold wert die hätte ich auch noch gerne zum mitnehmen ja zum mitnehmen wie bei mcdonald's damals sind viele gemacht damals sind viele gemacht da wollte man gar nicht hin vielleicht doch kein fehler sind die wieder da warum auch nicht eine zum mitnehmen eine noch das war nix ich glaube ich habe mich geboren oder alles gut ich dachte schon ich hätte jetzt mein schlüssel nicht mehr doch dann haben wir ich immer mit meinem speichern und laden naja einmal in diese richtung ich glaube beim letzten mal sind wir unten gewesen dann gehen wir einmal hier rein hier waren wir noch nicht wenn mich nicht alles täuscht gerade am überlegen aber die zünden wir einfach an brennen doch ganz gut ja brennen die gleich mit dem Brett oh das war jetzt ein Fehler oder auch nicht komm her meine liebe fähne danke das sind ja so viele möglichkeiten können wir schon gar nicht mehr gebrauchen wir werden zum schwein wir werden zum schwein wir werden zum schwein nein 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 habe ich gesagt lass uns doch jetzt in ruhe ja geht doch also nach links oder nach rechts leipzig wahrscheinlich gleich wir gehen erstmal nach rechts hier brauchen wir einen großen Schlüssel dann gehen wir doch erstmal nach unten und ich sag den nächsten den wir finden den werden wir schockfrosten oh jetzt bin ich ein bisschen an mein Mikro angekommen ja ich dachte mir schon das ist eine Falle das machen wir anders was ist denn hier wir haben auf jeden fall kein magieelix hier mehr ok es ist ja mal lustig keine magie mehr und die große truhe gefunden der ist ja schön da müssen wir doch irgendwo was finden ne da gibt es eh nix und durch wir brauchen erstmal ein bisschen magie die magie brauchen wir ein bisschen hier ein bisschen da ein bisschen hiervon ein bisschen davon und ein bisschen hiervon ja das steht uns doch ganz gut hier bitte hier ja und wir haben die letzte durch gelassen war nicht die beste idee oh doch hier oben so jetzt können wir uns auf jeden fall mal die große truhe anschauen was denn da in ihr drinnen ist weil das ist jetzt der letzte das letzte Verlies da muss schon irgendwas cooles drin sein wäre zumindest richtig geil denke mal irgendwelche ausrüstung gleich ein besseres schwert besseres schützt das ist jetzt auch nicht mehr wunderbar das spielschild damit lassen sich strahlen abwehren gegen die dein alte schild machtlos war jetzt haben wir ein richtiges schild hier richtig groß das taucht auf jeden fall was würde ich sagen jetzt können wir hier nach oben gehen ah jetzt ist es auch schon wurscht durch einfach durch hier geht es nach oben ah weg die dinge dass die einen immer treffend ist naja verstehe ich auch nicht so legen wir mal ein paar bomben aus einmal hier und einmal hier zuerst gehen wir nach oben zuerst gehen wir nach oben zuerst gehen wir nach oben nicht die beste idee gewesen so geht das doch gleich mal nach oben raus und was erwartet uns denn hier geht es jetzt schon weiter zum wächter erscheint nicht so dann lohnt es sich auf jeden fall dass wir uns das ganze anscheinend so und du hübsst runter das hat es dir gut gemacht wo geht es denn hier hin das musste jetzt genau jetzt sein wenigstens haben wir unsere fee noch unten hier lang das will ich aber auch meinen hier einmal zwischenspeichern warum ist denn hier zu wo müssen wir da erst aufmachen wo 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 Ja, gute Frage. Kurz vorm Verrecken. Was machen wir hier eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir gleich hinüber sind. Die Frage ist jetzt, wann ist er offen und wann ist er zu? Mal hier nach unten. Puh, mal hier runter. Da runter. Okay, da müssen wir irgendwie anders hinkommen. Vielleicht über diesen hier. Ja, über diesen. Ja, der war auf jeden Fall zu. Denken wir halt nochmal drauf. Okay, jetzt sollten wir uns dann irgendwann nochmal merken, wie wir da hinkommen. Den hier. Der war es nicht. Hoch. Runter, hoch, runter. Diesen hier. Jetzt sind wir wieder den 1 drunter genommen. Vielleicht diesen hier. Ja, dieser hier. Und es ist wieder zu. Noch einen Versuch. Dann werde ich es für heute sein lassen. Ihr habt Glück. Aber wir machen trotzdem Schluss für heute. Denn wir sind jetzt schon bei über 20 Minuten. Dann geht es weiter morgen im nächsten Part. Tschau Leute. Gerne wieder einschalten.